Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video auf meinem Kanal mit einem neuen Tutorial zu der neuen Zombie-Karte The Shadow Throne und in diesem Video wollte ich euch eben zeigen, wie ihr auf dieser neuen Karte eine neue Tarnung freischalten könnt. Ja, ich glaube das waren in den letzten paar Sätzen vier oder fünfmal neu, aber wie gesagt, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ihr das Ganze freischalten könnt, denn das dauert nicht lang und ist wirklich ziemlich simpel, denn dazu müsst ihr eigentlich nur das Spiel starten und dann auf die Hauptstraße gehen, denn dort befindet sich eben dieses Radio, das ihr auch für das E-Sec benötigt bzw. auch zum Bauen der Wunderwaffe und in diesem Radio müsst ihr jetzt auf der linken Anzeige und auf der rechten Anzeige, also mit dem linken und mit dem rechten Stick die 39 einstellen bei der Frequenz. Solltet ihr das Ganze gemacht haben, müsst ihr als nächstes nur noch die Runde zu Ende spielen mit eben dieser eingestellten Frequenz und wenn alles richtig war, dann sollte am Ende der Runde auch euch angezeigt werden, dass ihr eben diese Tarnung freigeschaltet habt, also Toolis Bodengang. Diese Tarnung könnt ihr dann auch im Hauptmenü, wenn ihr tot seid oder wenn ihr das Spiel beendet, eben für eure ganzen Waffen auswählen und somit habt ihr diese Tarnung auch schon ziemlich wirklich einfach innerhalb von wenigen Sekunden, wenn ihr das Spiel gestartet habt, auch schon freigeschaltet und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen von diesem Tutorial. Ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.